So und jetzt hier überall wo Stein ist Pjörn, warte Hier fehlt Erde Äh, Erde hin machen So So, dann könnten wir jetzt hier Ja, das hier unten müssen wir halt noch ausheben, ne? Naja So Ich finde das lustig, durchgehen 50 FPS Nur halt so mal ein paar kleine Abspacks Von 50 Runde auf 49 Ohne Abspacks von 50 Runde auf 49 Cola Ja, komm, Alter Wieder so ein Riesenvorkommen, oder was? Ich habe leider nochmal hier die Farben ein bisschen Weil ich noch ein paar Samen habe Äh, fünf Stück habe ich noch Wahrscheinlich finde ich gleich wieder eine Höhle oder so Ich geh, ja, ne Scheiße, mir fehlt einer Was? Jaja, hier ein Dingens Ein Affe? Nee Äh, äh, Zaun Achso So, jetzt kann man zumachen hier Ähm, am besten ist so hier Äh, ja, so, genau Äh, Erde, alle Ja Warte? Oh Ich werde das ganze Ding jetzt erstmal hier nachsehen Ja gut, ich wollte jetzt hier nicht unbedingt hier Ein Wandel der Erdklumpen sein Ja, toll, jetzt habe ich keinen Spitzager mehr Boah, alter Da ist mein Freund So ist das mal hier im Sachsen schichtlicher Nährle jetzt erstmal komplett IH Ist so belassen, wenn du immer mit dem Kundenhorum läuft Ih, du entleerst dich Ja Ja Ich muss nur dazu ziehen, dann lerre ich mich hier unten An den Kisten und so nur es nur wieder kohle schön aus dem Bau das Wort Holzer ich gehe es erst mal bis wieder dahin und tut es weg ja was sagst du wie groß ist ein Prozent oder wie wie cool ist denn dass das unsere Welt schon so groß ist also unsere Art Real sozusagen die Kräste in der Serie er wird die Erwärts ist geworden ich finde er hat reingefallen ich habe doch wieder vergessen das zu kraften am Mann Kieren Prozent am Mann und die Brotmann Schrauben nur kriegst keine Schaufel als habe ich sehen denn hier fühlt um bei diesen Niederländer denn hier die Steinfeldhacken die Szene denn im die Bieter aus dem EZE du meinst sie höh er hat das sieht aus wie ein Kochlöffel leute du meinst die höh bei Juli hallo was um heul doch n mehr lassen aber eben nicht nachholen steckert das klang irgendwie nach qualvollen verrecken er ist da oben nach dem Schlachten von der Kuh haben so klang das irgendwie er machte die mal die bei der Arbeit den Stein abzutragen und nicht ganz seit erde mann Bob Jürgen E die Jürgen E er kann es noch mal ein paar Zäune machen ja wir haben auch mal ein paar Zäune genau genau ist weißt du voll überfordert da Pia Mann ey ich bin mit dir gar nicht zufrieden so dafür bezahlt kriegst du auch deinen Stundenlohn genau so zwei Euro wieso 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 das so ja weil ihr wasser was vergessen vor das gibt es doch nicht ein bisschen größer machen dass sie hinten damit wir hier mal richtig anbauen und erhält sich oben auch mal mithelfe Baum wieder abzubauen er noch ja er ist öfter ja die laufen jetzt total viel um die komischen vier er war noch mit jungen ich weiß es so jetzt ein schön was nur ich bin schwimmen boah das ist das ist einfach nur am nerven ey wie viel einfach nur hier oben drin ist ich will angeln du kannst mal zwei Euro gib mir Holz und in den Kisten liegt Holz ja viel zu viel ja dadurch bin ich mal ja das war ja eigentlich nur vom Roholz her nur zwei Steaks da ist Kevin wieder ausgerastet mit Holz ist schon gut püren ich mach's selbst ok ich krieg dich nicht auf ö nein das hat jetzt dazu gepasst richtig nicht auf Mauer 9 so ich mache jetzt ein 64er Steak davon ein 64er Steak Steak äh Steak ein 64er Steak von Dingen von hier ne kennst du ja äh nö so gut und jetzt vervollständige ich wieder den Baum hier äh so das heißt so so und so genau so Baum vervollständig boah jetzt ist da oben warte ne hochbauen ja guckte hoch und schön hoher Turm ja wenn wir jetzt immer noch trainieren der wird auch mit Erde funktionieren und den Wegschlag Buh-Buh-Buh-Buh so hat gern aber auch und wie viel größer soll ich denn die machen erst mal was die Farben ja gar nicht gar nicht Kevin die Farben gar nicht größer machen erst mal ich hab die doch erst noch größer gemacht ja aber ich habe solche schon wieder für sie zu übrigen also zum Glück fliegt man hier oben nicht runter wenn man zu sehen die Kiste Kevin nicht größer machen die Farben Singens Kirchen Singens Kirchen und mit Pro ein Laft ihm ist das Ding ja mein Laft ihm ist das Ding glaubt er Romina Toma Cook okay bei EMA in der uns kommen die Uhr und sind und so bleiben mit dort dort bringen die Orden von und der Palme aber auch ein bisschen ist es sehr gut er ist zu mir nur hier ist er er ist die Amerikan kennen anders denn da ist jetzt okay jetzt vorgarten fackel essen übrigens gehe ich hatte gerade noch ein Brot und das ist verschwunden obwohl ich es nicht gegessen habe ja ich kann ja welches geben so oben auf dem Baum drauf ne das kann der da oben auf dem Baum drauf ist übrigens nein ich bin jetzt unten bei der Farm na gut dann nicht ne ich bin hier im Keller um zwei Keller auch von dem Haus ja okay ja genau hier bin ich drin um ich kann die Bauern nein wirklich nicht ich bin aber ganz gut auf nun in den letzten Endkarten zu dürfen der Aufklärung und nicht hoch Schleswig ich erzeugen bis all die Erlösung kommen wir hier das ist aber nicht gleich die Stuttgart ist wegen sie noch mehr da hier kommt ja noch 4 4 jetzt nicht mehr hier und hier noch und hier noch Dach 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 ja ist nicht ist nicht ziemlich schlau sich unter wasser auf karte machen da wasser auf karte geben ist nicht so gut ja ohne was meinst du warst du die perfekte länge für minecraft des plays schon so um die zehn oder zehn minuten ja was ich jetzt hat hat 11 35 aber ich kann das jetzt nicht in zehn und eine minute splitten klar warum nicht so können du ich aber auch sinnvoll wer ist die frage gerne so jetzt ist bloß noch die frage dass wir tiere brauchen ja das stimmt also ich habe noch übrig sag mal so zwei stück und hab sieben wurde gemacht also wenn du irgendwie Bruder brauchst um die sieben pro dass du oder Prozent nähe ich habe auch keine Bruder ich habe wirklich keine sieben Bruder mehr sie ist sie mal hat eine Aufnahme zur Brille muss das Bruder noch irgendwo rumliegen ich bin ich weiß es gerade überhaupt nicht wie viel ich aufgenommen habe ich noch mal ganz kurz im Cut bis gleich